Vielleicht nicht die feine englische Art, da runter zu gehen, aber naja. Dit passt schon. Jolt! Jetzt sind wir schon... Na gut, Gold. Aber ich höre hier irgendwo ein Skelett. Also muss ja hier Höhle etc. pp. was sein. Jetzt bräuchte man... Dieses Texturen-Package. X-Ray oder so heißt das. Und das ist voll geil. Das ist dann halt alles so wie Glas, die ganzen Dingens-Boomens da. Und halt nur die Rohstoffe sind farbig gekennzeichnet. Oder überhaupt irgendwie... Ich weiß nicht, ob die farbig gekennzeichnet sind. What weiß ich? Es kommt mehr. Na nun, sag mal was. Da hat man schon so ein Headset, so 7.1-Round-Sound-Kacke da. Und da wirst du trotzdem nicht, wo die Hainus herkommen. Das ist ein bisschen deprimierend irgendwie. Es kann natürlich auch sein, dass er gleich hinter mir steht und sagt... Jutach! Das hoffe ich mal natürlich nicht, aber naja. Kram uns einfach mal hier durch. Und dann irgendwo werden wir schon rauskommen. Ja, schlechte Sicht. Fackel setzen. Schon klar. Ist auch gut, wenn man so ein bisschen Steine braucht. Ist schon Level 17. Mann, oh Mann. Wird Zeit, dass wir irgendwann nochmal ein paar Diamanten finden. Und vielleicht dann mal... Lava... Können wir uns nämlich ein Verzaubungstable machen. Also, äh, Quatsch, Verzaubungstable. Das war aber jetzt... Englisch, Deutsch, Doppel, Gemoppel, irgendwas. Die sind nah. Also, ich hör die Hainus. Irgendwie hier. Boah, Leute, wo seid ihr, ey? Schon Level 19, ey. Das geht ja hier. Also, wie gesagt, da könnte man sich so ein... Enchantment Table machen. Und dann bräuchte man nur noch... Gute... Qualität, sprich Diamant, Waffen, Schwert und Spitzhacke. Und dann könnte es eigentlich schon losgehen. Oh Gott, ich setze mal hier wieder eine Fackel hin. So, und hier unten ist ja... Dürfte auch noch eine hin. Dann mach ich mir mal schnell... 42 Holz verarschen. Achso. Scheiße, ich bin voll. Das ist natürlich cool. Jetzt haben wir mal 15. So, 27 müssen reichen. Blub. La, die da, die da, die da, die da. Wir laufen hier einfach mal so. Jawoll! Das ist doch mal was hier. Das ist mal die Lage abchecken. Ah, da sind sie gleich hier. Du Sniper. Ist das da? Kohle. Okay, mal sehen, ob wir den treffen. Uns eh aber nicht. Bam! Ups! Scheiße! Ich treff dich nicht. Aber jetzt! So, machen wir erstmal... Blub, blub, blub! 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 Ich konnte nicht so schnell mein Messer wechseln, Mann. Ja, keine Bange. Ich... Oh, Lapis Lazuli. Blub! Schnauze. Gold, so viel brauche ich gar nicht. Hier müsste ja... Ich höre Lava. Lololololol. Das heißt, Lava ist immer so ein gutes Zeichen. Könnte direkt hier, da, drunter sein. Weil da ist Redstone. Und Redstone ist ja so, ne? Meistens so... Scheiße. Meistens ein Zeichen, dass man... dass man... eventuell... so... was hat, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Hupser. Äh... Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, hier. So, vom vielen Reden... Da ist dann nämlich die Kette etwas trocken. So, und jetzt kann ich mich hier um das ganze Clipper-Kram kümmern, was ich dann einsammle. Gold dürfte auf jeden Fall viel sein. Also das wird... Nimmst du den Knochen auf? Äh... Äh... Hier, was? Keine Ahnung. So, seht ihr? Oh, schade. Sieht auf jeden Fall cool aus. Äh... Erde wollte ich haben. Zack. Weiter geht's. Ausleuchten. Der ist da hinten. Na, dann habe ich erstmal ein bisschen... noch freies Pflaster mir hier. Die... Oh, dann ist das Kohle. Rohstoffe zu holen, wollte ich sagen. Genau. Ei, 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 ei. Ich glaube, da habe ich eine Höhle gefunden. Mhm. Hat sich mal gelohnt. Also, da kann man nicht meckern. So, war's dat? Ach, diese Zombies nerven, ey, aber... So, Koppelstein kann ich schon nicht mehr aufnehmen. Da ist Sense. Ich glaube, den werfe ich auch vielleicht weg oder so, oder? Ja, den brauche ich... Ach so, stimmt ja. Den brauche ich sowieso noch nachher. Wenn ich wieder raus will, muss ich mich ja hochbauen. Ich hoffe nicht, dass es da irgendwie Nacht ist oder so. So, was haben wir hier jetzt? Boah, 47 Kohle. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So. So, dann haben wir noch mal ein bisschen Platz. Die Wolle braucht man nicht unbedingt. Wolle proppen. Hehehe. Wortwitz. Fakt. Das ist Fakt. Na toll. Och du. Na komm her, Kollege. Schnuzen hier. Geh mir nicht auf den Sack. Komm. Put, 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 put. I'm waiting for you. Und then I clutch you voll eins in die Fresse. Scheiße. Das ist dämlich. Das war jetzt nicht gut getimt. Also natürlich so als richtiger Minecraft-Typ, da hätte man das wissen können, dass das da runterfallen kann, eventuell. Das fällt auch runter. Hier. Ich hab' nur natürlich jetzt zwei Möglichkeiten. Da unten steht Zombie. Und ein Kreber. Komm mal her, hier. Kreberschen. Fall in dein Face. Bam. Ich glaub, was ihr sehen. Ah, Spinne. Ich treff' dich trotzdem. Bam. Da ist Lava. Ich bewege mich hier, glaube ich, gerade auf sehr schmalem Fuß. Und ja. Heilige Scheiße. Mach mir nicht so ne Angst. Boah. Kackendrick, ey. Meine Güte. Ich wusste nie, dass Zombies rücheln. Was steht rücheln. Ich weiß nicht. Ich fühle mich zu. Vielen Dank.